Ich darf Ihnen eines unserer AK Highlights vorstellen, nämlich die Mammut. Mammut ist ein Schrotdrilling, sehr hochwertig verarbeitet, gibt es eben in Silberpaskül und genauso mit schwarzem Paskül, ist sehr geeignet zum Nachsuchen für den Hundeführer, gibt es in drei unterschiedlichen Lauflängen. Jede Flinte ist mit Mobile Chokes und einem stabilen Koffer ausgerüstet.